Mahlzeit, Glück auf! Wen haben wir denn da? Den Herrn Kramer? Ähm, ja, was sag ich dazu? Herzlich willkommen! Und damit jetzt für mich der beste Trainer der Welt. Er soll dafür bekannt sein, wenn man dazu sagen kann, dass er laufintensive Spiele mag. Das kommt uns entgegen. Dass er bei Bielefeld zu defensiv gespielt hat. Hier und da, bla bla bla. Bielefeld ist Bielefeld. Und Schalke ist eben Schalke. Zu seiner Spielphilosophie glaube ich, dass die doch sehr der Spielphilosophie von Bojo gleicht. Und wenn nicht, dann wird sie eben der Spielphilosophie von Bojo gleich gemacht. Nein, jetzt im Ernst. Also ich finde das gut. Ich finde auch, gut ist er nervöser bei der Pressekonferenz. Der freut sich den Arsch ab. Ja, der ist, und ich finde das klasse. Ich habe ja immer gesagt, ich bin ja nicht so der Fan von, oh ja, der Trainer, das ist aber ein taktisches Genie, taktisch, bla bla bla. Das können die alle. Ja, das kann auch Willi Wutz aus Flaßheim. Ja, der kann dann auch taktisch. Ja, nicht so tiefgehend, natürlich, aber da wird halt dran gefeilt. Ich denke, das kann er schon. Was er aber auf jeden Fall mitbringt, ist ein wahnsinniger Enthusiasmus. Und genau das brauchen Trainer auch, finde ich. Ich glaube jetzt nicht, dass zum Beispiel ein Herr Klopp, ja, der Einzige ist, der taktische Meisterleistung verbringen kann. Das können andere auch. Aber Spieler motivieren und ein Teil einer Gruppe sein. Das, glaube ich, kann Herr Kramer auch. Und damit erstmal herzlich willkommen auf Schalke. Sie sind jetzt, oder du bist jetzt Schalker, für dich aus Nikolaus, und in meinen Augen der beste Trainer der Welt. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Also, Pressekonferenz haben wir ja mitbekommen. Wohnung ist noch nicht da. Aber ich hoffe mal, dass die langfristig gemietet wird. Oder gekauft. Obwohl bei unserem Gehalts, bei unserem Budget, glaube ich, eher gemietet. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ein Mensch, der eben noch nicht da oben irgendwo mit Schlips und Krawatte sitzt, die Chance kriegt. Und solange der ins Team passt, menschlich und charakterlich, ist, glaube ich, das Gleiche, soll man ihm alle Chancen geben. Und wenn unsere Jungs vom FC Schalke ihn auserkoren haben, dann werden die sich schon was dabei gedacht haben. Ich kann es nicht erwarten, zu sehen, wie es, ja, oder wann, oder wenn, oder ja, wenn es endlich losgeht. Sozusagen. Glück auf, Herr Kramer. Herzlich willkommen. Und alles, alles Gute. Glück auf.